Einen wunderschönen guten Tag! Oh mein Gott, was ist das? Nix passiert, alles laut. Das war jetzt blöd. Einen wunderschönen guten Tag, alle liebe YouTube-Gemeinde! Ich bin Aushaki und ich heiße dich recht herzlich willkommen zurück. So, wenn das tut, ey! Mit dem PC. Gut. Wir machen hier weiter. Ganz heiter. Und lustig. Keine Ahnung. Passt das so, oder? Ist schon gut so. War eine geile Begrüßung. Da steh ich drauf. So, was haben wir hier drin? Ah, bisschen Kohle. Zack, 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 zack. Barteile. Super, ich bin voll. Fuck. Ahja, warte, ich wollte ja noch rausprobieren kurz. Warum geht das jetzt? Zerlegen soll ich denn, ja? Krieg ich ein mechanisches Teil raus, aber ich hab keinen Platz im Inventor. Das ist ein bisschen blöd. Mal schauen. Ahja, voll. Minus 1. 2. 2. Wenigstens 2. Das ist gut. Kann ich den auch verlegen? Krieg ich da auch mechanisches Teil raus? Einmal eisen. Na, es dauert mal zu lange, ehrlich gesagt. Wir ziehen weiter. Hier oben haben wir schon geguckt. Da unten kriegt der kleine Piecer. Aber ist mir voll egal, lass mal kriechen. Interessiert mich null Nüsse. Ich muss auf mich selbst schauen und nicht auf ihn. So schmarrn. Eigentlich wollte ich ja zum Schatz, oder? Lass mich kurz mal gucken, okay? Entschuldigung. Ich weiß. Ich bin ein bisschen... Deppert. Isma Klauer. Isma Klauer. Wer ist es, hau? Oh, fuck! Der kam mir jetzt zu nah. Is der scheiß Ruck will nerven! Was ist mit seiner Friesen passiert? Oh, Kohila! Alter, wüsst du? Wo ist der Schatz, der deinen Namen trägt? Ist es wirklich schon zu spät? Heute Nacht. Mein Schatz. Wie schön. Du warst im Solarium, oder? Du hast die Produkte lang hingelegt. Da hinten ist ein Airdrop und ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist aber scheiße. Oh ja, oh ja. Kann ich geil dichten. Wo ist dieser verkackte Airdrop? Gib mir! Ich muss da echt gucken. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber es nervt. Es nervt. Ja genau, ich bin der Airdrop. Haha, damit hast du nicht gerechnet. Bastard. Oh geil, gleich lesen. Kennen wir schon. Zerlegen. Zerlegen. Lesen. Mitnehmen. Mitnehmen. Scheiße, ich mach mal was mehr. Die Wiesel los, man da herst. Und den Scheißmaier, Arthur. Super. Jetzt habe ich so viel Dreckanhänger. Bringt sich ja gar nichts mehr zum Schatz zu rennen. Die will ich nicht zerlegen. Stofftum mal weg. Den direktum mal weg. Das können wir zerlegen. Auf Cash könnte ich aber verkaufen, denke ich. Oder nicht. Könnte man ja verkaufen. Ja, wir schauen jetzt zum Schatz. Vielleicht finde ich ja ein geiles Buch, wie man ein Motorrad zusammenbaut oder so. Wäre echt Hammer. Kleber. Fuck, der Scheiß ruckeln nervt. Oh ne, das ist die Kack-Gegend. Ja, da gibt es so viele Hunde und so einen Dreck. Das nimm ich gern. Super. Ich fände das super. Super. Was, wenn ich mich nicht gesehen habe? Susi. Wo ist denn die Flitschlatsch hin, Alter? Hast du vielleicht die Susi gesehen? Die da haben wir mal eine Pischel und Munition. Das heißt, ich mag jetzt nicht sterben. Warte, was du mal weg? Die Klee ist doch mal weg. Pass auf, das ist immer da hoch. Dann. Wie geht's eigentlich gut? Tabletten oder so reinhauen? Muss ich nicht. Ich weiß nicht, was ist noch weg. Die Hülsen, die Patronenhülsen. Ne, ist gut. Fast schon. Oh, echt jetzt ohne Witz? Ist das der Schatz? Was kann denn hier bloß drin sein? Drin sein. Was kann denn hier bloß drin sein? Das ist ein Dreck irgendwie, oder? Für was brauche ich das? Das brauche ich jetzt nicht. Ich habe keinen Platz im Inventar. Doch, eigentlich hätte ich schon Platz gehabt. Aber wurscht. Wir lassen es jetzt. Soll ich lieber den Scheiß hier mit, weißt du? Weil das kann ich zerlegen. Das kann ich noch brauchen. Für, ich weiß nicht was. Ich glaube, ich höre. Irgendwer faucht mich da an. Ne Schlange! Fuck you! Du gibst Fleisch. Du Bischach. Ich weiß es ganz genau. Zack, hab dich voller Wisch. Du weißt es noch nicht. Töten die Schlange jetzt. Ich glaube, die kriegt man nicht, oder? Mit zwei einem Bogen. Musst du echt. Musst du echt draufkloppen. Stirb. Stirb, du Gräzen. Ich habe nichts zum Schlagen, wenn nicht. Stirb! Bist du tot? Du bist tot. Super, schönes Ding. Viel gibt ihn nicht. Oh, was ist das da? Ein verkackter Vogel. Voll daneben geschossen. Oh, gut. So, jetzt habe ich dir erledigt. Fischer. Vogel, kommst du runter? Heißt das jetzt ja oder nein? Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Schaut an, schau 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 an. Du schier, ah, fuck you! Jetzt erwisch ich nicht, ne? Kann denn das die Möglichkeit sein? Nein. Da, rota. Ich habe ich ihm nicht. Deine Ernst? Vogel des Todes. Ich habe ihn voll erwischt! Fuck, was kann der einstecken? Pieschvogel, da habe ich irgendwas? Ich hab nix. Ich hab nix. Nein, geh weg! Töte mich nicht! Fuck! Ich hab dich doch erwischt! Wenn ich jetzt verreck wegen dem verkackten Vogel, ich muss aufhören zum Bluten. Ganz wichtig, dann pfeife ich mal schnell Tablettes rein und dann ist alles gut. Hör doch auf zum Bluten! Ich verschwende meine ganzen Zahle wegen dem Kackvogel hier. Scheiße, ich hör nicht auf zum Bluten. Fuck, hör doch auf zum Bluten schnell! Fuck you, du verkackter Vogel! Ein Vogel hat mich getötet! Denk da mal drüber nach! Was hat das jetzt... Was bedeutet das jetzt, wenn ein Vogel mich killt? Das ich selbst dann hab, ne? Ne, echt? Ein Vogel hat mich getötet. Beinlich, oder? Beinlich hoch 17! Und das ruckelt, das ist Wahnsinn! Oh Gott! Ja, wurscht! Ich hab ein bisschen Schmoren mit. Lass mal gucken, das Essen. Das Essen klopft mal hier ran. Die Eier hier, die Waffen. Wo sind die Waffen? Hier ist das Werkzeug. Was haben wir hier? Ah, den ganzen Scheiß da. Zack, zack! Steine lass ich noch bei mir. Ich muss mir ja wieder Pfahle machen. 39 geht an. Super! Ne Waffenkiste hab ich noch gar nicht, hm? Diese mechanischen Teildinger, kann ich die da eigentlich auch reinkloppen? Oder soll ich die woanders reinkloppen? Da hätte ich was gehabt. Pass auf! Wer braucht ne Ordnung? Wer braucht ein System? Also ich bin der geilste Typ ever. Ich brauche den ganzen Track hin. Ich zeig, zack, zack. So, das mit dem Schatz, das hat sich erledigt. Da gehe ich nicht mehr hin. Das scheiße drauf. Interessiert mich nicht. Tut mir leid, dass ich so rede. Aber ich sieh's so. Gib mir den Track. Und... Ah! Bist du viel deppert, der Pädel? So, fertigen. Ich muss da bisschen mehr raus holen. Wo ist denn das? So. Machen wir 50. Das ist... Machen wir 100. 100 ist gut. Ich könnte eigentlich... Ein bisschen was entschmelzen. Oder nicht? Leben habe ich ja keinen Scheiß. Kein Leben. Schau mal da unten aus eigentlich. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Super. Aber wir machen zu. Ich habe ja keine Ahnung, ob Zombies runterkommen können. Ich habe das ein bisschen scheiße gebaut oben, die Luke. Müsste man auch noch verbessern vor der Hordennacht. Generell oben müsste ich... Ah! Nein! Das war... Das war... Das war nicht... Wo ist es denn? Stahlschmiede. Werkzeugschmiede auf 6er. Werkbank. Ah! Geil! Da brauche ich nur einen Punkt. Super! Jetzt geht das. 15. Oh! Die habe ich gerade noch so. Super! Hey! Was ist los, Alter? Ich... Wo ist es denn? 300. Entschuldigung, dass ich so rede, aber... in den Track oder wenn ich sowas hier habe. Rezepte... Nein! Blödsinn! Gott! Was? Nein! Ach komm! Jetzt brauche ich auch noch so ein Dreck. Das Spiel ist viel schwieriger worden. Das ist... Rassin aber. Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Weil man kann echt viel geile Kacke bauen. Das ist so Hammer. Diese Grunddinger. Oh, es hat sich aufgehängt. Also mal ausgehängt. Nein, es hat sich doch nicht aufgehängt. Nein! Dieses Gefäng... Die Gefängnistür will ich auch noch bauen. Irgendwann war so unten im Bunker. Das hat sicher den Ur-Style. Weil ich habe sowieso wieder vor mir so eine Zombie-Falle zu bauen. Die ich schon einmal hatte. Ne? Bis es ganz nach oben geht. Und die Zombies reinblumsen lässt. Ich hoffe, die sterben dann diesmal gleich. Ne? Wie heißt es? Fallschadendreck? Wäre halt geil. Das brauche ich, ne? Zehn? Weiß ich nicht. Kleinstein natürlich. Lehmklumpen kriege ich hin. Brauche ich nur hochgehen. Bisschen graben. Zeit glaube ich hält mir ja noch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich diese Mechanik-Teile hier habe. Ich brauche mal den Track wieder. Tag. Jetzt hätte ich die... Mechanik-Teile. Baby. Gib sie mehr. Ich müsste sie haben. Da haben wir zwei. Oh yeah. Und hier ist der Restrain. Eh, das könnte auch noch woanders ran. Hier. Ja, geil. Hammer. Super. Was brauche ich noch? Was haben wir gesagt? Lehm. Wir gehen schnell Lehm holen. Ich will nur kurz... So. Ich brauche dann kurz ne Schafe, mein Freund. Lass mal kurz gucken. Rezepte. Oh. Oh yeah. Oh, that's my shit. Zeit hätten wir ja noch genug gerade. Wir holen jetzt ein bisschen Lehm. Schauen wir mal, dass wir uns das da irgendwie herstellen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und... Oh, verdammt. Dann bauen wir uns das richtig geile Werkzeug, okay? Schau, da habe ich richtig kack gebaut. Oh, schau, da geht's ja schon runter. Das ist richtig dumm von mir gewesen. Das ist aber richtig dumm von mir gewesen, weißt du? Und ich habe die komische Rampe hier gebaut, weil ich gehofft hatte, die rennen nur oben drüber. Das war auch ein Blödsinn. Weil da oben, am Rande, kann ich nichts platzieren. Das ist auch ein Dreck. Ich habe richtig scheiße gebaut, okay? Das war richtig kacke. Ich hoffe, ich... Das heißt, ich hoffe, ich werde es einfach noch korrigieren müssen. Da habe ich hier richtig viel Blödsinn im Bad. Warte, Pfeile brauche ich... Ah, so einen Bogen brauche ich auch. Oh, schon wieder ein Airdrop. Wohin? Wohin damit? Oh, ist der Wart weg? Ich habe Zeit. Kein Ding, ich habe Zeit. Ist ein bisschen heiß, macht aber nichts. Harte, Gausch. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Oh fuck, der ist weit weg. Der ist aber richtig schwer weg. Ich weiß gar nicht. Dann machen wir sich ein bisschen nackig, hm? Ich zeige mir ein bisschen den Waschbrettbauch. Wenn Susi vorbei rennt, ganz zufällig, weißt du? Dass die Frau was zum Schauen hat. Da hinten. Ist nicht mehr so weit weg. Kriegen wir hin, locker. Easy. No problem. Habe ich schon meine Waffe? Nein! Nein! Was ist denn das für ein geiler Shit? Businessmen ist auch hier. Super. So, ich habe keine Auswahl mehr. Fuck. Waffe schon? Nein. Geil, gleich lesen. Zack. Das mit dem Rest. Ich glaube, der Bogen ist schon fertig. Zack, zack, zack. Oh fuck, was waren jetzt da? Bist du tot? Du lebst noch. Ja geil, der hat Kohleanhänger. Verfedern wäre nicht schlecht. Jetzt mache ich schon wieder. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Der war der urschen Krieg. Ich bin krank. Ich muss aufhören. Jetzt mache ich schon wieder. Nur blödsinnig unendig herumrennen. voll keinen Plan haben. Und dann nachher bei der Horde nach tranzen. Weil nix fertig ist. Was? Voll mein Style. Richtig. Das passt voll zu mir. Keinen Plan haben vom Leben. Irgendeinen Dreck machen. Blödsinn reden. Und dann könntest du aufhören, dich zu bewegen, oder? Was ist denn los mit dir? Ich glaube, die haben ein bisschen ins Hirn zuckt. Ich glaube, du transt, oder? Ich bin, glaube ich, im falschen Filmer. Das ist aber Wahnsinn. So voll daneben geschossen. Alter, ich werde da gleich... Respektuelle eine Hand haben. Das Box kommt. Fuck, ich blute! Du Dreckskind, ich blute! Niemand bringt mich zum Bluten. Außer die Zeit, einmal im Monat. Ah, ah! Urlustig, ich war's. Ah, ich rede wieder viel Blödsinn. Ich bin echt... Ich bin echt ein bisschen komisch drauf heute. Sehe, so weiter wie geht's da? Voll daneben geschossen. Das ist ja schlimm, als... Wirklich schlimm, als der PS4. Ich schieb's auf die Mikroruckler. Ist so. Ja, die sind einfach schuld. Warum ich kein Aim habe. Ist einfach so. Braucht man nicht diskutieren. Habe ich noch 17? Fuck, das lohnt's wenig. So, pass auf. Lehm. Wir wollten Lehm holen. Weil ich hink hier ein bisschen hinterher. Ja, mir ist heiß. Super. So. Das ist wenig. Warum krieg ich so wenig raus? Oder nein, ist sogar mehr als vorhin. Vorhin waren es nur 30. Ah, da ist vorhin, wann es 50... Ja, ja, ist klar, ist klar. Super. Komm her aus. Ja, geht viel schneller. Super. Hoppana. Scheiße, mit der Pace brennt noch die Schmiede, hm? Das heißt, die Grascher Funsen wird kommen. Ich wusste, wie viel Lehm habe ich braucht? 900, denke ich, gell? 900 Lehm war das. Ich nehme gleich ein bisschen mehr mit. Ja, das ist Erde. Ich bin auch ein Held. Ja, das ist Erde. 1.200. Ja, haben wir noch ein bisschen drauf, ne? 1.200. Ja, haben wir noch ein bisschen drauf, ne? 1.397. Super. 1.397, super. Wenn er einfach nur Blödsinn muss anstarrt und nichts denkt. Nichts tut. Ja, 1.5, 1.5 ist gut. Ein paar Federn wären vielleicht noch geil. Aber ich muss nicht sein. Nur kein Stress. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. 1.507, super. 1.507, super. 1.507, super. 1.507, super. 1.507, super. Was ich finde, was selten worden ist, sind die Viecher. Die Hirsche. Die Schweine. Schweine habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nur so verkacktes Wildschwein. Ich weiß nicht, ob es noch normale Schweine gibt. Keine Ahnung. Aber habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Weißt du? Ein Bär war letztens. Der war geil. Den Killer Vogel wollte ich killen. Leider hat nicht gezogen, weil ich einfach schlecht kacke bin. Ist so. Aber ich könnte echt mehr jagen. Also ich brauche das. Klar. Sicher. Wer haut die Pflanze weg? Aber ich denke, ich muss mich jetzt um meine Base kümmern. Das ist das Wichtigste. Wenn die Base einmal passt, dann kann ich mich um den Rest kümmern. Jagen gehen und so. So ab und zu schon einmal, weil ich essen muss. Ist leider so. Obwohl das eigentlich eh kacke. Weniger als 75 Lebenspunkte kriege ich gar nicht. Voll egal, wenn ich jetzt verrecken sollte. Weißt du? So ruhig auf einmal. Gottchen, ach Gottchen. Der schläft das an. Den Dreck. So, jetzt machen wir mal kurz mal rundherum. Diese Kreischerfunsen müsste schon längst da sein. Außer sie kommt nicht, wenn ich auch nicht da bin. Das weiß ich jetzt nicht. Aber da, da haben die schon durch. Ach Gott. Aber wenn die das wegkloppen, dann ist die Klappe auch weg. Weißt du? Dann hätte ich zwar noch eine Klappe, aber dann kloppen die oben dran. Ich muss das irgendwie sichern. Das geht so nicht. Das ist der Dreck. Was habe ich denn da für einen Blödsinn gemacht? Ja, ich habe alles, was ich brauche, ne? Achso, das ist das geschmitterte Asen, aber das habe ich schnell. Schau mal, dann sind die da drinnen. Das heißt, ich müsste eigentlich theoretisch hier jetzt auch noch eine Klappe hinmachen. Oder? Pass auf. Wo sind die Dreck? Holzklappe. Zack. Fertigen. Ja, verdammt. Das ging es mir. Ihr wisst schon, was ich mache. So, ich müsste. Aber ich kann hier unten nichts platzieren. Es ist doch ein Furz-Dreck-Kopf. Schmauern so nicht. Nein, weil die Klappe im Weg ist, denke ich. Genau hier. Müsste noch eine Klappe hin. Nein, nicht, weil die Klappe im Weg ist, du Idiot. Das ist ein bisschen zu niedrig. Ich denke, so ist es. Was ist das zu? Das ist... Vielleicht ist das gut so. Ich weiß es nicht. Dann würden die da... Wird die das untere auch wegklappen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich denke, das passt schon so. Lassen wir hier runter, Baby. Ist schon fertig? Wurscht, kümmern wir uns später um diese Klappe. Fuck. So, perfekt. So, was brauche ich jetzt? Gehen wir mal hier auf Rezepte. Jetzt muss ich auch noch lernen. Ah, super. Warum ist das nicht vorher da gestanden? Vielleicht ist es da gestanden. Ich habe noch nicht gelesen. Aber wurscht. Ja, die Wiesen in mir mit. Was der? Wenn man am Fußballbrotz geht. Kann ich es brachen. So, das ist echt ein Blödsinn jetzt. Das nervt richtig. Na und, kümmern wir uns um die Klappe. Und Action. Nein, jetzt habe ich ja nichts anhängen. Ich bin auch ein Held. Ich bin so ein Held. Ich bin so cool. Ich bin richtig cool. Gott, voll viel Planung und Erinnerung hier in dem Spiel. Ja, genau das will ich machen. Das will ich machen, aber da muss ich noch den Scheiß hier lernen. Oh, ist das kaputt? Oh, geil. Mach doch viel mehr her, wenn ich das so auch hörst. Na, das habe ich jetzt nicht mit. Da haben sie schon vernichtet. Oh, nein, 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 ich sage nicht, ich komme nicht raus. Das ist ziemlich umständlich. Das habe ich dann rauszukriegen, aber. Ich habe keine mehr. Wurscht. Wurscht, super. Passt ja so. Das ist, ja. Das ist einfach doppelt gesichert und treifach gesichert. Ich weiß nicht. Das ist einfach gut, okay. Kann man lassen. So, mich nervt das, ehrlich gesagt, dass ich das jetzt lernen muss. Aber wir sind ja schon wieder viel zu lange. Ich bedanke mich jetzt. Ist, glaube ich, was ich meine, oder? Richtig herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und immer brav sein. Tschüssi.